Herzlich willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video besprechen wir, welche Gründe es geben kann, um ein Silikonimplantat der Brust auszuwechseln. Prinzipiell gibt es verschiedene Gründe, um ein Silikonimplantat zu entfernen und mit einem neuen Implantat zu ersetzen oder tatsächlich eine Eigenfetttransplantation zu erwägen, um das Brustvolumen zu rekonstruieren. Zunächst einmal ist ein häufiger Grund für einen Implantatwechsel die Bildung einer sogenannten Kapselfibrose. Hier gibt es eine Gradeinteilung von 1 bis 4, sodass man die verschiedenen Kapselfibrosen und der Ausprägung dieser Kapselfibrosen einteilen kann. Bei Grad 3 bis 4 sind das Indikationen, wo man sagt, okay, diese Implantate müssen jetzt entfernt werden, weil hier schon entweder Schmerzen verursacht werden durch die Kapsel, die sich um das Implantat bildet und möglicherweise auch so stark sich zusammenzieht, sodass eine brustverändernde Form entsteht. Bei Grad 4 ist demnach eine brustverändernde Form durch die Kapselfibrose vorhanden, sodass hier eine Operation notwendig wird. Diese Operation beinhaltet, diese Kapsel zu entfernen, sowie das Implantat auch aus dieser Kapselhülle herauszunehmen. Liegt in diesem Fall das Implantat über dem Brustmuskel, so kann man nach Entfernung des Implantats und der Kapsel ein neues Implantat unterhalb des Muskels setzen und hier eine Neuformung der Brust bewirken. Bei den verschiedenen anderen Graden der Kapselfibrose, also Grad 1 bis 3, können die Symptome sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Bei Grad 1 und 2 sind kaum Symptome vorhanden. Man merkt aber, dass möglicherweise schon Verhärtungen im Bereich der Brust zu tasten sind, aber noch keine Formveränderung vorliegt. Bei Grad 3 nimmt aber die Beschwerdesymptomatik zu und da besteht auch schon die Indikation, dass man diese Implantate herausnimmt. Generell ist es sehr wichtig, dass man vor der Operation ausführlich mit der Patientin darüber spricht, dass das Risiko einer Kapselfibrose besteht und da ausführlich über potenzielle Therapiemöglichkeiten auch sprechen. Ein weiteres Risiko, was auch besteht bei Silikonimplantaten, ist die Entwicklung des sogenannten ALCL. Auch hier muss die Aufklärung mit der Patientin stattfinden, denn neueste Daten liefern die Erkenntnisse, dass Silikonimplantate auch eine Form des Lymphoms bewirken können, welche sich im Bereich dieser Kapsel befindet. Dieses Lymphom ist ein sogenanntes Non-Hodgkin-Lymphom. Wenn diese Erkrankung entsteht und eine Verhärtung der Brust sowie auch neu aufgetretene Verhärtungen innerhalb der Achsehöhle oder um die Brust herumliegend entstehen, dann sind hier genaue Diagnostik und ein ganz genauer Therapieplan notwendig. Auch hier ist also ein Grund dann gegeben für die Entfernung von Silikonimplantaten. Ein weiterer Grund zur Entfernung dieser Silikonimplantate ist eine Beschädigung des Implantats, welche durch eine mechanische Einwirkung entstehen kann oder tatsächlich auch einfach durch eine Strukturschädigung des Implantats ohne weitere Gründe entstehen kann. Hier muss man sich aber keine Sorgen machen, denn das Silikon, was sich innerhalb dieser Implantate befindet, ist nicht flüssig und kann nicht auslaufen. Dennoch sollte man zeitnah planen, diese Silikonimplantate zu entfernen. Generell ist es wichtig für Sie zu wissen, dass bei den heutigen Implantaten kein fester Zeitpunkt definiert wird, wann die Implantate gewechselt werden müssen, sondern die Qualität der Implantate ist mittlerweile so gut, dass einfach abgewartet werden kann, falls Komplikationen oder Probleme entstehen, erst dann besprochen werden muss, dass diese Implantate herausgenommen werden müssen. Die Wahrscheinlichkeit der bereits genannten Faktoren für den Austausch der Implantate ist sehr gering, dennoch muss man mit Ihnen ausführlich darüber sprechen. Gerne beraten wir Sie hier in einem ausführlichen Beratungsgespräch ausführlich über die Risiken und Komplikationen. Mein Name ist Dr. Lavi, bis zum nächsten Video.